Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen. Ich starte hier so schwach rein, aber wir sind voller Tatendrang, was diese neue Frau angeht, die du mitgebracht hast, die neue starke Frau. Aber bevor ich jetzt weiterrede, begrüße ich erstmal an meiner Seite, wie immer, die Zauberhafte, die Wundervolle, die Gebräunte, die Fröhliche, Kim Seidler. Hallo liebe Kim. Hallo liebe Katrin. Also ich würde mich nicht gebräunt betiteln, sondern eher so Schweinchenrot, aber nicht schlimm verbrannt oder so, sondern einfach ein schöner… Du hast einen Tang. Du hast einen Pfingst-Tang. Tang. NG bitte. Genau. So richtig schön norddeutsch. Ach ja. Wir können ja jetzt schon mal ankündigen, dass wir auch wieder eine Sommerpause machen werden. Nicht ohne vorher noch ein paar wirklich tolle Frauen mit euch zu besprechen. Und du hast eine Frau mitgebracht, die gar nicht so norddeutsch ist, nämlich ziemlich weit weg am anderen Ende der Welt herkommt. Nämlich, wen hast du mitgebracht? Ich habe euch Isabel Allende mitgebracht und jetzt schon mal ein Shoutout an euch alle, liebe ZuhörerInnen. Wir wünschen uns für die letzte Folge vor der Sommerpause, da wollen wir nämlich mit euch das Dreijährige feiern. Wir haben dreijähriges Bestehen. Katrin! Oh mein Gott, Kim, also die Zeit ist ja zack, 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 zack. So ist sie vorbeigegangen. Und 150 Frauen später starten wir diesen Aufruf an euch. Möchtet ihr uns etwas mitteilen? Über Instagram könnt ihr das tun mit Sprachnachrichten. Die können wir entweder vorlesen, also ihr könnt auch schriftlich das Ganze schicken. Die Sprachnachrichten finden dann ihren Weg auch in unsere kurze Jubiläumsfolge vor der Sommerpause. Und ja, schickt uns, was ihr gelernt habt, was ihr euch von uns wünscht, wen ihr toll fandet. Habe ich was vergessen, Kim? Wir wünschen uns, dass ihr uns einreicht, was dieser Podcast Starke Frauen für euch bedeutet. Welchen Mehrwert hat er bis jetzt geliefert? Habt ihr neue Vorbilder bekommen? Wir haben auch schon ganz tolle Nachrichten geschickt bekommen, dass wir eine Inspiration waren zu einer Masterthesis, zu einer Hausarbeit, fürs Studium, aber auch im Privaten. Wir haben mitgekriegt, dass manche von euch auch eine starke Frau, die wir vorgestellt haben, angeschrieben hat oder dass diese Person dann angeschrieben wurde. Also her mit euren ganzen Informationen. Lasst uns gemeinsam drei Jahre bestehen vom Podcast Starke Frauen feiern. So, das war's. Ja. Nicht nur den Podcast feiern, sondern tatsächlich auch starke Frauen und Female Empowerment feiern. Ja, yes. Genau. Word, Sister. Genau. So, jetzt. Okay, dann over to Isabel Allende. Wir haben vorher auch nochmal, oder du hast auch nochmal recherchiert, wie man sie korrekt ausspricht, dieses Mallorca-Yi mit Doppel-L ist eine ganz gute Eselbrücke. Richtig, richtig. Genau, weil ich habe vorher immer Isabel Allende gesagt und irgendwann, oh sag mal, die ist in Peru geboren, in Chile, hat sie Zeit ihres Lebens oder viele Jahre ihrer Zeit auf dieser Erde verbracht und ja, da bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es Allende ist. So, die Isabel ist am 2. August 1942 in Lima, Peru geboren, ist eine chilenisch-US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin. Dieses Jahr wird sie 80 Jahre alt und ganz kurz abgerissen. Also, ihre Bestseller gehören zu den meistgelesenen Lateinamerikas, wurden in annähernd, ich glaube schon inzwischen über 30 Sprachen übersetzt und über 50 Millionen Mal verkauft. Allende ist neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit auch Journalistin, schreibt Theaterstücke, lehrte an verschiedenen Schulen und Universitäten Literatur und setzt sich nachdrücklich für die Gleichberechtigung ein. Und die meisten Exemplare, kleines Anekdötchen muss jetzt sein, die meisten Exemplare ihrer Romane verkaufte Isabel in Mitteleuropa und Skandinavien und ihrer Meinung nach, ihrer Meinung nach läge das daran, dass hier das Wetter so schlecht sei, dass Frau oder Mann ohnehin nicht viel anderes tun könne als lesen. Und dann ausgerechnet ihre Bücher. Aber das ist eine gewagte These. Ich würde vielleicht auch vermuten, dass es sehr gute Bücher sind und das nicht unbedingt vom Wetter abhängt, wo man liest und wie viel man liest. Also man kann auch auf dem Liegestuhl liegen in der Sonne und das Geisterhaus lesen. Das ist doch von ihr, oder? Ja, sie zielt auch zu den bekanntesten lateinamerikanischen Schriftstellerin und ist in Chile selbstverständlich inzwischen eine nationale Berühmtheit. Wie es dazu kam, das erzählen wir euch jetzt. Ich habe direkt eine Frage. Warum Peru und dann ist sie eine Chilenin? Aber das wirst du wahrscheinlich jetzt beantworten. Ja, ihr Vater Thomas Allende ist Sekretär an der dortigen chilenischen Botschaft. Aha, in Lima. Ne, deswegen. Und Allendes Vater ist Cousin von Salvador Allende, der 1908 bis 1973 gelebt hat und dann 1970 chilenischer Präsident war, bis er beim blutigen Putsch 1973 ums Leben kam. Da kommen wir aber noch dazu. Also ist Isabel Allende Nichte zweiten Grades von Salvador Allende und die Cousine zweiten Grades von dessen Tochter, der gleichnamigen Politikerin Isabel Allende. Ah, das macht die Verwirrung perfekt, aber gut. Schön, das freut mich sehr. Ich wollte gleich mal politisch korrekt hier das einordnen. Aber jetzt verstehst du, warum sie in Lima geboren ist. Die Mutter Francesca Iona, genannt Panchita, stammt aus Santiago, ist oder soll künstlerisch begabt und attraktiv gewesen sein. Sie ist bestimmt immer noch attraktiv. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, aber eigentlich ist sie auch die harteste Lektoratin ihrer Tochter. Da kommen wir aber auch später dazu. Und wird auch gerne Doña Panchita genannt, ist die Tochter von Augustin Iona Cuevas und Isabel Barros Morera. Ich weiß nichts weiter dazu. Ich konnte, habe nichts weiter zu den beiden Eltern gefunden. Spannend ist aber, dass das der Großvater ist, in dessen Haus Isabel als Kind viele, viele Jahre verbracht hat und was die Basis vom Geisterhaus ist. Ja, ich erinnere mich. Dunkel. Ich habe das Buch nicht gelesen, habe den Film gesehen. Ach, spannend. Deswegen dachte ich, recherchiere ich nochmal, wer der Großvater war. So, die Isabel, die Mama und Papa von Isabel, die sind nicht sonderlich glücklich miteinander. Die Eltern von der Mama, also waren nicht, die waren sehr konservativ und sehr katholisch und waren auch gegen diese Ehe gewesen. Denn der unkonventionelle Thomas Allende ist ein Atheist und ein Freimaurer. Freimaurer habe ich auch nochmal schnell für euch nachgelesen. Das besagt, dass die fünf Grundideale der Freimaurerei Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität sind. Und er hatte noch dazu einen sehr extravaganten Lebensstil und konnte nicht so gut mit Geld umgehen. Die Eltern entstammen aber der, ja, der Oberschicht. Eines Tages verschwindet, ich muss auch nochmal dazu sagen, also Femm Bio hat unfassbar großartig über die Biografie von Isabel Allende geschrieben. Ich habe mich hauptsächlich hier entlang gehangelt und habe dann immer das, wo ich dachte, oh, das finde ich aber spannend, das muss ich jetzt nochmal nachrecherchieren oder nochmal ergänzen. Also richtig geiler Job, wenn ihr auch nochmal Biografien sucht und sagt, ich brauche mal irgendwie einen Anhaltspunkt. Klar, es gibt immer Wikipedia, aber Femm Bio macht auch einen extrem tollen Job. Die kommen natürlich auch in die Shownotes, die Links. Ja, kommt gerne in die, genau, genau. Also der Papa lässt eines Tages Mutter Panchita mit den drei Kindern sitzen. Also Isabel ist das älteste Kind, die war damals drei Jahre alt und dann hat sie noch zwei jüngere Brüder. Franschisco, der war damals anderthalb Jahre alt und Juan, der war gerade mal knapp zwei Monate alt. Und da sagt der Vater, nö, kein Bock mehr und haut ab. Das war natürlich ein Superskandal. Glücklicherweise sind ihre Eltern sehr, sehr gut vernetzt von der Mama. Und so hat sie dann Ramon Huidobro, das ist ein, auch ein Diplomat, der hat sie dann, ja, geleitet zu ihren Eltern nach Santiago zurück. Ramon und Francesca, also die Doña Panchita, sie taucht auch später in einem Buch so auf von Isabel. Die verlieben sich dann ineinander, aber er muss zurück nach Lima. Und ich habe dann mir die Distanzen angeguckt. Also das Auto, mit dem Auto in der heutigen Zeit würdest du 40 Minuten zwischen Lima und Santiago proben. Oh, das ist ja nicht weit. Wahrscheinlich, nö, wahrscheinlich machen die das dann auch und heimlich, denn nach ein paar Jahren kommen sie zueinander. Aber erst einmal lebt Isabel dann bis zu ihrem zehnten Lebensjahr, also ganze sieben, acht Jahre, dann in dem großen, verwinkelten Haus der Großeltern im feinen Stadtteil Providencia, das später zum Vorbild für Isabels Debütroman Das Geisterhaus werden soll. Als Isabell acht Jahre alt ist, stirbt die Oma mit 53 Jahren. Warum, konnte ich nicht recherchieren, aber es war 1950. Und dieses Zusammenleben mit dem Großvater ist, so schreibt sie, dann sehr geprägt von den Lebensprinzipien Fleiß, Ehrgeiz, Selbstdisziplin und Streben nach Perfektionismus, Freiheit und Unabhängigkeit. Und es gibt so ein Zitat von dem Großvater, verlass dich ausschließlich auf dich selbst. Angeblich, also sie beschreibt ihre Kindheit eher als einsam und hat sich sehr viel mit in die Bücher zurückgezogen. Wobei sie später auch sagt, naja, also es gab immer diese Kitsch-Romane im Radio und die haben sie auch extrem geprägt. Dieses Kunterbunte, was der leibliche Vater von Isabell ja sozusagen mitbrachte, dieses freiliebige, Liebende, das wird sie später, damit wird sie später konfrontiert mit Venezuela. Und sie beschreibt dann diesen Clash zwischen Chile, was halt stark katholisch war, stark konservativ und dann im Venezuela zu sein, in diesem Kunterbund, das war für sie sehr herausfordernd. Als Ramon, das ist ja der, der, der Diplomat aus Lima, der die Familie rübergebracht hatte zu den Großeltern nach Santiago, der kriegt in La Paz 1953 eine Stelle als Botschaftssekretär. Und das ist dann auch der Anlass und La Paz ist dann wieder nur 30 Minuten entfernt vom Geisterhaus und ihrem Opa. Aber das ist dann der Moment, wo Panchita mit den Kindern zu ihm zieht, also ihre Mama mit den drei Kindern. Ich fand nur spannend, dass Isabell dann eine, das nannte sich dann, co-edukative nordamerikanische Privatschule besucht. Zwei Jahre später wird Ramon aber abbestellt in den Libanon als Generalkonsul. Das heißt, sie ist dann, die Familie ist hinterher oder zieht mit und Isabell besucht dann in Beirut eine Schule und zwar eine sittenstrenge englische Mädchenschule. Aber sie lernt darüber auch diese wunderbaren, verträumten Tausendeine-Nacht-Geschichten kennen. Dann bricht 1958 die Libanon-Krise aus und die Kinder mit Mama werden zurückgeschickt nach Santiago, wo Isabell dann dort die Schule abschließt, also sehr bewegtes Leben. Nach dem Schulabschluss weiß sie nicht ganz, wo sie, was sie machen will, wo sie hin will und ihre Idee, also sie fantasiert, fantasiert ist jetzt meine Interpretation, aber sie idealisiert die Hausfrau und ihr großer Traum ist es, Kinder zu bekommen und als Hausfrau zu leben. Aha. Das macht sie dann. Aber erst einmal macht, also geht sie aus Langeweile eine Stelle oder nimmt sie eine Stelle an als Sekretärin im Santiago-Büro der FAO, das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und sie interessiert sich übrigens überhaupt nicht für Politik. Mit 20 heiratet sie dann den Studenten der Ingenieurwissenschaften Miguel Frias. Trauzeuge ist der Cousin ihres Vaters, Salvador Allende, weil er auch ein guter Freund von Ramon ist. Aha. Ja. Isabel arbeitet dann inzwischen in der Pressestelle der FAO und muss ihren Chef per Zufall bei einer Fernsehsendung vertreten. Daraufhin bekommt sie eine Woche später einen wöchentlichen Sendeplatz. Sie beginnt eine journalistische Laufbahn, plötzlich, einfach so, ne, per Zufall. Und als sie dann 21 Jahre alt ist, im Jahr 63, wird die Tochter Paula geboren. Es gibt ja auch ein Buch von ihr, Paula, aber später dazu mehr. Die Familie bereist dann Europa und lebt zeitweilig in Brüssel und Genf. 66 dann mit der Geburt des zweiten Kindes ziehen sie nach Chile zurück. Ihr Sohn Nikola kommt zur Welt. Ja, also wie schon erwähnt, sie versucht sich als Hausfrau auch, sie versucht damit dieses hochstilisierte Leben, aber es ist todlangweilig. Also es ist überhaupt nichts für sie und sie engagiert sich dann als Journalistin und auch als Frauenrechtlerin. Sie gründet mit anderen Frauenrechtlerinnen die Zeitschrift Paula, welche die bis dahin einzig feministische Zeitschrift Chiles war. Und darin schreibt sie für die Volksfrontregierung. Die Volksfrontregierung, auch Unida Popular, UP, war ein Wahlbündnis von linken-chenlenischen Parteien und Gruppierungen, das 69 gegründet wurde. Im Bündnis vertreten waren die Sozialistische Partei Chiles, die Kommunistische Partei, die Radikale Partei, die Sozialdemokratische Partei, die Bewegung der Einheitlichen Volksaktion, die Unabhängige Volksaktion, die Christliche Linke Partei Chiles. Also ein richtiges, krasses, gemischtes Bündnis. Kunterbund. Die haben sich dann zusammengeschlossen, um gemeinsam diese Power, eigentlich diese linke Power zu bündeln, was ja ganz schlau ist eigentlich. Ja, Sozialistische, Kommunistische, also gar nicht nur nur Linke, sondern auch die christliche linke Partei. Ja, es ist halt links. Ja, es ist alles links. Ja, genau, also pass auf, warum muss ich das so ausführlich erklären? Weil bei den Präsidentschaftswahlen am 4. September 1970 bekam der UP, der Unidad Popular, also Volksfront-Regierungskandidat Salvador Allende mit 36,3 Prozent die meisten Stimmen. Somit wurde er dann zum 24. Oktober vom Nationalkongress in einer Stichwahl zum chilenischen Präsidenten gewählt mit den Stimmen der Christdemokraten. So. Das alles, ne, der gleiche Nachname. Man ist nur um die Ecken miteinander verwandt. Das hat aber Auswirkungen auf ihr Leben. Das heißt aber, sie hat den Namen Allende, ist ja ihr Geburtsname, den hat sie auch in ihrer Ehe mit Mann Nummer 1 nicht abgelegt, sie hat ihn auch immer noch. Ja, du hast dann immer Doppelnamen. Ach so, Doppelnamen, okay. Genau. Also sie hieß dann, glaube ich, zeitweilig Allende Frias, dann, das ist in der, also dieses nicht so, in der Struktur der Nachnamen, da hätte ich mich ein bisschen besser vorbereiten können, jetzt ertappst du mich, aber in der Struktur der Nachnamen sind es dann häufig Doppelnamen, die halt darauf hindeuten, wer kommt von der Mutter, also wer ist die Mutter, wer ist der Vater. Bei uns legst du den Namen ja ab. Ja. Wenn ich mir meine Historie so angucke, dann sind es auch mal ganz viele Ideen. Meistens hat man den abgelegt, ne. Genau. Ja. Besonders als Frau, das war ja klassisch traditionell hier oder ist teilweise auch immer noch klassisch traditionell. Aber so, in der Zeit war sie auch verantwortlich für die humoristische Kolumne de Impertinenz, Herausgeberin der Kinderzeitschrift Mampato in Santiago de Chile und schrieb 1973 für die Filmzeitschrift Magazine Ellas. Des Weiteren war sie für Kanal 7 und 13 des chilenischen Fernsehens tätig, um moderierte Sendungen, die sich großer Beliebtheit erfreuten, unter anderem Conversando con Isabel Allende, Gespräch mit Isabel Allende, sowie Interviews, Reportagen und Diskussionsrunden. Sie veröffentlichte noch zwei Kindergeschichten, La Abuela Panchita und Lauchas y Lochanes, gleichfalls eine Sammlung von Kurzgeschichten. So, also deswegen kam dann noch das Angebot für die Paula zu schreiben. Du sprichst das übrigens super aus, finde ich. Ja, so mein Schulspanisch kommt dann irgendwie zwischendrin. Hast du Spanisch gehabt in der Schule? Aha, daher kommt das. Verstehe. Ja, also jetzt nochmal kurz für mich zum Verständnis. Sie sitzt zu Hause, hat da die beiden Kinder, stellt fest, Mensch, so geil ist das hier nicht mit dem, was ich eigentlich kann und möchte. Ich will mehr. Und eigentlich war sie unpolitisch und wird da irgendwie so ein bisschen, entwickelt sich da so hinein, ne, zu einer eigenen Stimme. Aber nicht in die Politik. Nee, nee, genau, in den Journalismus, aber sie schreibt auch für die Volksfrontregierung. Das heißt, sie hat schon auch eine politische Konnotation, ihr Journalismus. Aber nur in dem Bereich der feministisch-emanzipatorischen gesellschaftspolitischen Thema. Das ist, Feminismus ist auch politisch, in meinen Augen. Ist das auch politisch? Ja, ich, ja, sie sieht das nicht so. Okay. Sie sagt halt, nö, ich bin, also, ne, gesellschaftspolitische Themen schon, ja, mit feministisch-emanzipatorischem Anspruch. Und das war es dann auch. Also das ist so das Themenfeld, wo sie sagt, da drin war ich aktiv. Und ich bin nicht politisch, deswegen haut sie auch später nicht ab ins Exil, als es eigentlich schon darum geht, als Allende ins Exil abhauen zu sollen. So, ihr Problem ist aber bei der ganzen Geschichte ihres Journalismus, dass sie Wahrheit und Fantasie angeblich nur schwer voneinander trennen kann und auch gelegentlich InterviewpartnerInnen Worte in den Mund gelegt haben soll, die diese nie gesagt haben. Aha. Der Schriftsteller Pablo Neruda hätte ihr geraten, den Journalismus aufzugeben und Schriftstellerin zu werden, da das hier überhaupt kein Problem ist, wenn du Fantasie und Realität so ein bisschen miteinander abmischen würdest. Aber sie hat ihn halt für verkalkt gehalten und gesagt, nö, also, ich mache ja mein Ding weiter, ich bin modern und, ne, also ich mache sogar hier eine Comedy-Sendung beim staatlichen Fernsehen, hat Talkshows und so weiter, also hat auch Theaterstücke und zwei Musicals geschrieben. Also in Chile kannte sie nun jeder. Dann am, ne, 1970 hat der Cousin II. Gratis-Salvado Allende dann unter seiner Regierungskoalition diverse Veränderungen angestrebt, nämlich die Mindestlöhne wurden erhöht, die Krankenversorgung wurde verbessert, innerhalb eines Jahres wurde die Kindersterblichkeit um 20 Prozent gesenkt, die Miethöhen wurden eingefroren, eine Landreform eingeleitet und die Kupferminen und andere Bodenschätze, Banken sowie die Salpeter-Eisen- und Stahlindustrie wurden verstaatlicht. So, du kannst dir vorstellen, dass die US-amerikanische Regierung das überhaupt nicht witzig fand, ja, und die wurde sich mit der chilenischen Oberschicht sehr schnell einig, nach Kuba darf nicht auch noch Chile kommunistisch werden. Und so wurde dann mithilfe der CIA geholfen, dass Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, General Pinochet auch genannt, 1973 den Militärputsch erfolgreich durchführen konnte, bei dem Salvador Allende ums Leben kommt. Tausende von Menschen wurden gefoltert, umgebracht und wurden, sind einfach verschwunden. Dann sind viele AnhängerInnen Salvador Allende ins Exil gegangen und im gleichen Jahr, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, wurde aber ihr Theaterstück El Embajador in Santiago Uhr aufgeführt, also Isabel's, ne, und Isabel hat auch gesagt, nö, also ich sehe überhaupt keinen Anlass, ins Exil zu gehen, weil ich unpolitisch bin, ja, und meine Arbeit ist das auch. Genau, also sie geht nicht, aber sie hilft, Verfolgte zu verstecken, ihnen Ausweispapiere zu besorgen und sie in ausländische Botschaften zu bringen. Und sie hat dann Gespräche mit Gefolterten aufgezeichnet, hat Beweismaterial ins Ausland geschafft und ab dem Zeitpunkt, als dann Freundinnen festgenommen wurden und immer mehr Familienangehörige auch ins Exil gegangen sind, wird ihr dann auch klar, vielleicht ist mein Nachname auch eine gute Zielscheibe. Sie ist dann 1975, als sie mit einer Zensurbehörde aneinandergeraten war und ihre Arbeit bei der Zeitschrift Paula verloren hat, anonyme Todesdrohungen erhalten hätte oder hatte, ist sie mit ihrem Mann Miguel dann, also hat sie dann beschlossen mit ihrem Mann zusammen, dass die Familie das Land verlassen muss. Und sie sind dann nach Venezuela, weil es kaum mehr Möglichkeiten gab, ins Exil zu kommen. Die Grenzen für Flüchtlinge waren in den meisten lateinamerikanischen Staaten geschlossen. Und Miguel hat dann eine Arbeit bei einer Erdölfirma gefunden, hat, aber Isabel hatte Schwierigkeiten. Also, was ich schon eingangs mal erwähnt hatte, der Kontrast zwischen dem laut, bunten, offenen, tropischen Venezuela und dem konservativen, ernsthaften, gesellschaftlich erstarrten Chile. Das war für sie schwer zusammenzubringen. Sie hat dann aber dennoch eine Stelle in der Verwaltung an der Schule bekommen. Und übrigens, ihre ganzen Tätigkeiten und Referenzen haben da keinen Wert gehabt. Das kennen wir auch von hier. Also, wenn politische Geflüchtete, ich erinnere noch, damals war ein Freund von mir mit seiner Familie zum Tschernobyl-Super-GAU nach Deutschland gekommen und die Eltern, sie war studierte Medizinerin und er war Bauingenieur und beides wurde hier in Deutschland damals nicht anerkannt. Also, kann man sehr gut oder können wir sehr gut nachvollziehen. Und das, obwohl ja hier die gleiche Sprache gesprochen wird, nichtsdestotrotz eine andere Länder, andere Systeme in Europa, zumindest auch in der EU, ist es zum Teil einfacher, weil du ja mit dieser Bologna-Reform und diesem Bachelor-Master-System auch eine Form von Einheitlich-Machung inzwischen hast. Genau, aber wir reden ja hier von 70er-Jahre und 80er-Jahre, beziehungsweise da noch 70er-Jahre. Und ja, das ist Mist. Also, um es mal lapidar zu formulieren. In Venezuela blieben sie dann 13 Jahre. Sie arbeitete auch noch für die Zeitung El Nacional in Caracas und als Lehrerin an einer Schule und dann gab es das große Projekt, das Geisterhaus und das war ein langer Brief eigentlich, also die Basis war ein langer Brief an ihren sterbenden Großvater. Und der Roman, also ihr Debütroman, das Geisterhaus erzählt, ja, die Familiengeschichte und die Geschichte ihres Landes und soll eigentlich den Kummer und ihr Heimweh bewältigen helfen. Das war Wahnsinn, weil es waren 500 Seiten einer Unbekannten letztlich, also Isabel Allende war damals ja nicht bekannt, also war in Chile bekannt, doch kein Verlag wollte sie. Und es gab dann Carmen Barséis, glaube ich, Literaturagentin aus Barcelona, die dann mit einem Trick das Geisterhaus 1982 in einem spanischen Verlag erscheinen lässt. Und Isabel ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt und ihr Großvater, der diesen langen Brief dann ursprünglich erhalten hatte, starb 1981 im Alter von 99 Jahren. Und dann kommt der Eintrag, der Wikipedia-Eintrag von Das Geisterhaus ist übrigens länger als der von Isabel Allende. Ganz interessant, also dieses Buch ist ja auch so eingeschlagen, auch in Deutschland, also eher auf jedem Tisch habe ich das gesehen, in den Zuhause von Freundinnen und Freunden. Also ja, das hat irgendwie gefühlt jeder gelesen. Und jetzt kommen wir im Endeffekt auch zum Leben als Schriftstellerin, zu ihrer zweiten Liebe mit Green Card, habe ich das Kapitel genannt. Warum habe ich das Kapitel so genannt? Also die schriftstellerische Karriere von Isabel beginnt in Europa, die sich dann mit von Liebe und Schatten 1984 und Eva Luna 1987 fortsetzt. Übrigens in Lateinamerika kommt dieser große Erfolg erst viel später an. Und sie kann es sich aber leisten, die Arbeit dann in der Schule aufzugeben. Und sie trennt sich von Miguel 1987, weil sie sich auseinandergelebt hätten. Und dann geht es los, die große Lesereise anzutreten. Und dann in Kalifornien, also im USA, lernt sie dann den Rechtsanwalt William Gordon kennen und zieht dann auch wenig später zu ihm nach San Rafael in der Nähe von San Francisco. Und auf ihr Drängen heiraten sie dann auch zügig, denn das Touristenvisum sollte bald ablaufen. Und deswegen habe ich es so scherzhaft die Green Card genannt. Ich habe übrigens dann nochmal mir San Rafael in Kalifornien angeguckt und habe dann so eine Artikel gesehen, wo 2018, weil sie dann, die Ehe ist dann 2018 in die Brüche gegangen, also hat einige Jahre gehalten, aber ja, sie hat dann 2001 ein Haus namens The House of the Spirit verkaufen lassen für 3,7 Millionen Dollar. Das hat sie nach ihrem eigenen Gustus errichten lassen oder aufbauen lassen. Und war echt ein heftiges Teil, aber ja, kann man sich dann ja auch irgendwann leisten. Da sind nämlich diverse weitere Werke noch entstanden, auch zunächst in spanischer Sprache, weil sie im Herzen dann, ja, Chile und Lateinamerika verbunden blieb. Und dann kommen wir zu einem Buch, das sehr tragisch war, nämlich Paula, das ist 1994 erschienen. Und das Buch handelt von ihr selbst eigentlich in erster Linie und in zweiter Linie um ihre Tochter, nämlich Paula, die im Dezember 1991 beziehungsweise 92, manche Quellen, sie geben das so oder so an, an der genetisch bedingten unheilbaren Stoffwechselstörung Porphyrie. Die erkrankte, ins Koma fiel und genau ein Jahr später dann im Alter von 29 Jahren starb. Und sie hat auch erst, also das Buch weist komplett von ihrem sonstigen stilistischen Gebrauch ab, weil sie hier einfach nur roh einen riesenlangen Brief an ihre Tochter geschrieben hatte, die nämlich dann wegen falscher Medikation in einem Madrid-Krankenhaus ins Koma fiel und dann bei Isabel zu Hause verstarb. Die Porphyrie ist tatsächlich so, dass der Körper sich selbst vergiftet. Das kann man, also ich habe mit vielen Fachbegriffen dann zu tun gehabt und dachte, okay, das fällt mir zu schwer. Also das Problem ist, dass die Patientin dann akute Abdominal-Koliken bekommt und dann sozusagen deliert und dann ins Koma fällt. Und wenn es eine falsche Medikamentation gibt, gibt es eigentlich keine Rettung. Die Folge, also es kann zu Hirnschäden kommen und wenn ein Fehler gemacht wird, dann ist eigentlich klar, die Patientin wird dann sterben. Also die ist auch so geboren worden. Ihre Tochter arbeitete als humanitäre Helferin für verarmte Gemeinden in Venezuela und Spanien und nutzte ihre Fähigkeiten als Pädagogin und Psychologin und hatte auch noch 1991 dann Ernesto Díaz in Venezuela geheiratet. Also dafür das mal so. Für Isabel war das natürlich ein absoluter Schock. Sie hat auch Schwierigkeiten gehabt, da noch zu schreiben, auch gerade fiktionale Texte. Deswegen weicht dieses Buch auch so von ihrem anderen Stil ab, weil das einfach, sie sagt halt, es musste verarbeitet werden. Ich wollte eigentlich meiner Tochter unsere Geschichte erklären, das hatte sie auch niedergeschrieben. Und dann hat sie sozusagen sich selbst begleitet und aufgeschrieben, wie sie dann mit der Trauer des geliebten Menschen auch umgegangen ist und hat auch noch mit den Einnahmen aus Paula die Isabel Allende Stiftung gegründet, die dem letzten Wunsch ihrer Tochter zufolge unter anderem unterprivilegierten Kindern mit Essen oder unterprivilegierte Kinder mit Essen und Schulgeld unterstützte. Und sie hat auch einen Preis für die Porphyrie-Forschung 1998 initiiert. Dann hat sie sich eine Auszeit genommen. Nee, 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 war einfach nur ein Kommentar. Dann hat sie sich erstmal eine Auszeit genommen. Dann hat sie angefangen, 1998 Fortunas Tochter zu publizieren und Porträt in Sepia 2000. Die beiden die Vorgeschichte des Geisterhauses erzählen, die beide die Vorgeschichte des Geisterhauses erzählen und mit diesem die Geisterhause-Trilogie bilden. In allen diesen Folgen spielen starke Frauen eine Rolle, die ihren eigenen Weg gehen. Sie hat auch dann Sachbücher über Erotik und erotische Rezepte rausgebracht, Erzählungen, Kinder- und Jugendbücher, die zu ihrem Oeuvre gehören und ähnlich wie Harry Potter dann die Abenteuer von Agia und Jaguar rausgebracht, 2002 bis 2004. Und ja, bei allem, was sie schreibt, ist ihre Mutter, ihre erste und kritische Lektorin. Und was so spannend ist, ich kannte den Begriff nicht. Die Romane von ihr zählen zum magischen Realismus, da sie neben tatsächlichen historischen und geografischen und politischen Begebenheiten irrationale und fantastische Elemente enthalten. Von Literaturwissenschaftlern wird ihr natürlich oft vorgeworfen, sentimentalen Kitsch zu produzieren. Aber zweifellos ist sie die erfolgreichste Vermittlerin lateinamerikanischer Geschichte und Kulturen. Und ich wollte noch am Ende drei Zitate mitbringen. Zwei feministische und eins, was bei mir so ein bisschen im Hals stecken blieb. Also das erste, noch immer ist die Gleichberechtigung der Frau für den überwiegenden Teil der Menschheit ein Fremdwort. Noch immer werden Frauen wie Vieh verkauft, totgeschlagen und verstümmelt. Die Gewalt gegen Frauen wird häusliche Gewalt genannt. Und keiner kümmert sich besonders darum, als ob diese Gewalt nicht so schlimm wäre, weil sie sich gegen Frauen richtet. Das zweite Zitat. Ich habe den Eindruck, dass wenn man zum Beispiel die Frauen in einem Dorf in Bangladesch unterstützt, die ganze Gemeinschaft davon profitiert. Wenn man die Männer unterstützt, geben sie das Geld für Fahrräder oder sonst was aus. Und das dritte weicht ein bisschen von dem Feminismus ab. Könnte hier, und hier ist so ein Einschub gleich in den USA, weil sie das dort in den USA geäußert hat, könnte hier in den USA nicht ein Phänomen entstehen, das noch furchterregender ist als der Narzissmus? Es sind alle Elemente dafür vorhanden. Rassismus und Männlichkeitswahn, ein messianisches Selbstverständnis, Faszination für Waffen und Gewalt, Überlegenheitskomplex, Isolationismus, militärische Stärke. Die schlimmsten Grausamkeiten sind möglich, aber auch der größte Edelmut und eine unübertreffliche Großzügigkeit. Amen. Jetzt versuche ich noch mal so ein bisschen zu sortieren. Also das eine, was sie zum Schluss gesagt hat, betrifft ja so ein bisschen auch den Blick von außen. Man kommt als Mensch aus einem anderen Kulturkreis und das ist ihr ja auch mehrfach begegnet. Sie hat in vielen Ländern gelebt. Sie ist von diesem sehr konservativen Chile nach Venezuela gekommen und jetzt lebt sie in den USA. The land of the free ist irgendwie so das Größte und alles ist möglich, Land, was es gibt und gleichzeitig aber auch so limitiert in vielen Dingen. Und diese Phänomene, die sich ja auch mit der Wahl von Donald Trump dann so dem so ein bisschen Ausdruck verleihen, dem Wunsch nach diesem maskulinen, was weiß ich, Narzissmus, den sie da auch beschreibt, den dann zu beobachten von außen, ist noch mal ganz spannend, auch aus Sicht einer Frau zu sehen, die das so schön in Worte packen kann. Also ich kann mich nicht erinnern, das Buch selber gelesen zu haben. Ich hatte, glaube ich, eben auch im On gesagt, dass ich das Geisterhaus nur als Film gesehen habe, aber allein wie diese Geschichten erzählt werden und dieses sehr Sinnliche, dieses Tiefe, das Traurige und das Schöne gleichermaßen, ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es diese Frau in Worte gefasst hat. Und was jetzt die Frauenbewegung angeht, finde ich ihren Werdegang ganz spannend von diesem, was man üblicherweise eben tut, Hausfrau und Mutter sein, hin zu, okay, da geht mehr, ich kann da was. Aber auch immer wieder diese Literatin, die dann durchkommt in diesem Journalismus, da Dinge dann auszuschmücken und Leuten Dinge in den Mund zu legen, weil man selber meint, dann ist die Geschichte interessanter, was natürlich eine Todsünde im Journalismus ist und dass sie da so trotzdem ihren Weg findet, dann hin in die Literatur, in die Schriftstellerei, finde ich ganz toll, mit einem bisschen politischem, durch den Feminismus und dann kommen da noch diese ganzen Schicksalsschläge dazu und den Verlust auch geliebter Menschen, eine wahnsinnig vielseitige, ich fasse zusammen für mich, lange Rede, kurzer Sinn, spannende, tiefgründige, schillernde, wundervolle Frau, von der ich, und das ist jetzt Note to Self, das muss ich mir jetzt aufschreiben, ein Buch zu lesen gilt. Also das muss ich mir, ich muss mir, glaube ich, das Geisterhaus auf jeden Fall nochmal vornehmen, als Buch. Und sie ist ja noch, sie veröffentlicht ja noch richtig was, 2020, was wir Frauen wollen, ich kann es leider auf Spanisch nicht so gut aussprechen wie du, und zuletzt 2022, Violeta, ich weiß nicht, ob das ein Frauenname ist, aber es zieht sich dann doch durch, so ein bisschen, dann zum Schluss nochmal diese, diese Frauen. Und die, ja, nach zwei gescheiterten Ehen hat sie mit 76 nochmal ein neues Liebesglück gefunden. das ist doch schön. Mit Roger und sagt ganz ernsthaft, oder, nee, was heißt ernsthaft, sondern sie sagt halt, Liebe im Alter sei auch nicht anders als bei Teenagern, erklärte sie, mit dem Unterschied, man vergeude die Zeit nicht mehr für Engstirnigkeiten und Gehässigkeiten. Lieber, Liebe im Alter ist wie ein Schrei nach Leben, sie ist sehr besonders, weil du weißt, dass der Tod nicht mehr weit entfernt ist. erwartet auf dich. Wir sind uns der Zeit, die wir noch haben, sehr bewusst. Und das macht das Leben doch so schön, dass man weiß, dass man sterben muss. Das ist jetzt irgendwie ein komischer Satz, aber wenn du das weißt, diese Endlichkeit, dann kannst du vielleicht auch jeden Tag wirklich genießen und die Momente, die schönen Momente festhalten. Toll. Ja. Tolle Frau. Ich bin, ich meine, sie hat uns jemand vorgeschlagen, aber ich habe auch gerade nochmal geguckt, ich finde die Person leider nicht. Wer auch immer es war, vielen Dank für den Vorschlag, Isabel Allende vorzustellen. Und danke an dich, liebe Kim, dass du meine Unterbrecher auch so ertragen hast. Und, um Gottes Willen, dafür, das ist ja, das ist ja eine Unterhaltung hier, sonst wäre der Podcast ja auch langweilig. Ohne dich macht das eben keinen Spaß, Katrin. Kleines Kontrastprogramm und doch auch irgendwie nicht, dann nächste Woche mit Shirin David, eine Frau, von der man vielleicht sofort eine Meinung hat und ihr werdet überrascht sein, ich habe meine Meinung auf jeden Fall geändert, nachdem ich mich ein bisschen mit dieser sehr, ja, ich nenne es jetzt mal einfach, wie es ist, Plastikfassade, nachdem ich dahinter geblickt habe und auch ihre Geschichte ein bisschen besser kennengelernt habe, muss ich sagen, wirklich, sie gehört hier in diesem Podcast und trotzdem können wir gerne auch diskutieren über diesen von ihr gelebten und neuartigen Feminismus. Bin ich sehr gespannt auf nächste Woche, was du meinst zu dieser Frau. Ich auch. Ja. Und bombardiert uns mit euren Sprachnachrichten, was ihr, was für einen Mehrwert euch dieser Podcast bringt. Sehr gerne. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.